Musik Der Nusszuch der Feuerwache 1 wurde zu diesem Komplett im Hintergrund gerufen. Es handelt sich um ein ehemaliges Schwellwerk der Deutschen Bahn AG. Es brannte im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Personen waren überhaupt nicht mehr im Gebäude. Es wurde ein Zero-In-Ingang vorgenommen, ein Zero-In-Außenangriff. Die Leiter wurde in Stellung gebracht. Rauchentlastungserführung wurde im Lachbereich geschaffen. Es war ja super Kontrolle, weit gegründet, das ist nicht mehr erforderlich. Wir waren mit rund 22 Kräften im Einland.